herzlich willkommen bei s21 bau tv vielleicht habt ihr das video gestern schon gesehen oder die videos ein echtes highlight und zwar der erste kran der durch die tiefbahnhof decke ragt wurde abgebaut durch die schwindgasse d2 ich hab's hier schon mal korrigiert und wir aktualisieren jetzt noch die folie sagt weg unter der abschnitt ist wahrscheinlich noch drin wird auch noch rausgehoben heute ja und das hätte ich auch nicht erwartet wieder auch nicht aber warum auch nicht dann kann man die schwindgasse demnächst schließen und an dieser stelle war das erste gitter element für die glasgitter entdeckt worden habe ich gestern noch fotografiert und auf google fotos abgelegt sind immer zehn elemente die dann direkt vor ort also im eingebauten zustand zusammengeschweißt werden und da habe ich gestern eins oder das erste erwischt von der webcam bahndirektion kann man hier noch den abbau vom kran sehen da ist das stück noch drin heute morgen um ja so 10 uhr 30 11 uhr die webcam steht auf 11 14 das ist also jetzt rausgenommen auch hier aktualisiert jetzt sind es noch vier kräne die anderen werden noch gebraucht und auf der übersicht hier hatte ich die kräne erst vor kurzem eingefügt also einen kann man gleich x und das war's für heute auch schon dann gibt es zuschauen und bis zum nächsten mal ciao